Herzlich Willkommen zu WebTV von CINEMA 8! Ab dem Donnerstag, 12. Januar, sehen wir die Verblendung. Der neue Film mit Daniel Craig als Hauptdarsteller, bekannt als James Bond, brilliert in diesem absolut frechen Thriller. Der Thriller ist nichts für Leute mit Angst, die das gewisse Gruselige nicht ganz vertragen. Der Film ist anspruchsvoll, spannend und, wie gesagt, nichts für schwache Nerven. Schnützt ihn rein, ihr werdet ihn nie vergessen. See you! Ab dem 2. Februar 2012 startet CINEMA 8 der Film, die Muppets. Muppets Show, wer kennt die Filme nicht? Die schönen, tollen Filme und auch natürlich die Fernsehserie, die alle zusammen immer total begeistert haben. Die lustigen Tierchen, Frösch, Miss Piggy, der Drummer hier, der lustig. Und auch überhaupt, Muppets ist doch einfach nur cool. 2. Februar. 2. Februar. Die Muppets Show. Ab dem 16. Februar hier im SINEMA 8 ist geplant, aber noch nicht ganz definitiv. Das gibt Ärger. Einen neuen Film mit der... Nein, die vergisst man immer so gerne. Das ist eigentlich sehr bekannt und sehr berühmt. Haufen wir auf einen Sprung. Das war eine Wettbewerbsfrage. Einsendeschluss ist der... 8. Februar 2012. Zu gewinnen gibt's? Irgendetwas? Lass dich etwas überraschen. Wir haben einfach 3 Preise zu vergeben. Vielleicht nehmen wir auch da mal die, die wir nicht gezogen haben. Also die letzten oder die ersten. Spielt gar nicht so eine Rolle, macht einfach mit. Die Antwort... Wie heisst sie? Die... Schauspielerin. Gehört unter anderem zu den besten alten Schauspielerinnen. Ähm... Ist auch im Film Wasser vor Elefanten... Gesehen. Gesehen. In der Vergangenheit. Und... Wird sicher noch für einigen Wirbelwindsorge in der Filmbranche. Bis gleich. See ya. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.